Lass uns loslegen! Fahnen? Kom haben wir hier? Nee nicht! Ja nicht! Aber wir können mal Foto machen! Ah, war geil. Wir bleiben so. Gute Schubau hier. Jetzt sollen wir irgendwie den Notenpreis holen. Ich glaube, das gibt es hier. Das wollen wir sehen. Ja, hier oben. Da braucht man noch annehmen. Können wir noch kicken, wo wir hin müssen? Ja, klar. Ist das klar? Ja, klar. Ja, klar. Das war die Haare ganzen Treinen. Untertitelung des ZDF, 2020 Wir können mal aufladen. So. Wir müssen um. Jetzt fahren wir nach Split. Ja, wir sind auf der neuen DLC. Fahren hier ein bisschen rum. Wir kommen hier 712 Kilometer. Dann machen wir uns mal auf den Wege. Jetzt ist unser schönes Gebärd. So, wo müssen wir überhaupt noch raus? Ach so, da. Fertig zum Losfahren. Ah, jetzt läuft es. So. 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 Nimm diese Ausfahrt. So, wenn ich meine, hier misst, ist das ja meine Spannung hier. Bitte rechts halten. Machen wir doch. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Biegen nach rechts ab. Ja. 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 Ich muss noch mal hier doch wissen, dass er. Ja, ich muss mal sehen. Wo war mal ein Messen, Joy? Ich muss mal gucken, ja. Ich muss mal sagen, Joy fahren. Was ist denn hier? Geht nicht? Ist das nicht lustig? Unsichtbare Schranken Naja Ich darf doch gucken jetzt mal Ist aber egal Rechts halten Dann Auswand rechts nehmen Kann ich mehr Nimm die Auswand rechts Ja hier kennen wir uns nicht aus Ja hier ist das Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Oh mein Gott Ich bin jetzt noch nicht mehr Ich bin jetzt noch nicht mehr Ja, wir haben heute einen Freitag. Noch mal kurz am Saug und da werden die Turen umgestellt. Wir kommen in eine Stunde mehr, also die Turen werden zurückgestellt. Tja. Wir kommen gerade eine Stunde länger zocken oder eine Stunde länger schlafen. Und dann zum Wasser geht das dann wieder sofort in uns. Und dann stellen wir nur wieder eine Stunde. Und dann stellen wir wieder eine Stunde vor. Und dann denkt man, dass man nach oben kommt. Und dann war es halt immer dunkel. Wenn man da zu hören. Ja, ich weiß nicht. 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 Man sieht so viel. Ja, das ist der Mainz, da ist ja richtig streckenvoll, mit dem Wartenschwange von 0.50. Aber da hängt es wirklich an. Der Wartenschwange von 0.50. Da war gerade noch ein bisschen. Aber man weiß lieber hier was. Man sieht es wirklich noch wie es oben an die Straße zu gehen, man. Ich komme nur eben. Ach, liebe Entwickler, was ist das? Rechts halten und dann rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Ich mache da mal ein paar Sneakchen voran. Das wäre auch echt cool. Für mich da. Noch nie haben wir sicherlich vorwärts. Vorwärts ist ja da... Das ist ja Island, wo man dann wegrutscht. Ja und so. Wir sollen die Leute wieder räumen. Und wir werden... ... uns verbrechen hier oben. Wir müssen die Begräfte rein kamen. Ein Stig hier. Ja, das ist überhaupt eine Natur, nenne ich das. Ja. Ja. Warum will ich es nicht anhalten? Bitte links halten. Ah, jetzt ist es ja nicht gut. Wow, ich glaube, sie hat so viele Fähigkeiten. Ich verstehe nicht warum SCS nicht denn das Kartenmaterial wunderbar hat. Wenn man denkt. Ja? Ja, die sind doch alle schon fertig. Ja, natürlich. Also scheißegal, wann dann der DLC rollt. Kommt alle zwei Jahre oder was? Dann hätten wir nicht immer so'n Scheiß hier. Ja. 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 Man muss ja wirklich sagen, die Entwickler von Lachomas sind natürlich viel besser als die von SCS. Ja. 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 Wir hören, dass sie jetzt auch die Unstrengung haben. Die werden wahrscheinlich auch keinen bei ETS-2 mehr. Wir haben auch gleich schon bei ETS-2. Und ohne noch gleich 13 Jahre. Weil noch ist die Landgarde ja ziemlich hoch. Wie weiß es. Man kann da ja nur alle Jubeljahre, also allerhöchstens bei ETS-2 im Jahr aufgeben. Und dort ist das auch kein ETS-2. Ich glaube nicht, dass es hier oder ETS-2 ist. Aber da ist sie ja schon österreichisch. Ich weiß nicht, ob ich da noch lange Leben haben werde. Aber noch ein bisschen. Und da haben wir auch gewagt. Ich weiß nicht, dass das mal ein langes Leben hat. Und da will ich schon gerne einen Lammler geben. Vollid frühzeitig. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, dass wir da noch nicht verankern wollen. Aber noch gar nicht. Und da war noch gut. Ja, ich denke, wir sind schon alle weg. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ah, hier. Ja, dann habe ich mal einen Streamer gesehen in der Vorschau und es seht, dass eventuell ein neuer LKW zu sehen gewesen ist. Und zwar, wenn ich nur dann ein neuer Dach reiten darf. Die laufe Zeichen davon habe ich nicht vergessen. Die LKW ist nicht so weit. Die LKW ist nicht so weit. Aber was nicht genau reinkommt, hat sich dabei. Was nicht so, was nicht so, was nicht so, was nicht so. Ich habe mich auch. Ich habe mich auch dabei, die mir so. Ich habe mich auch dabei. Das ist gut. Dann bin ich mal gespannt, was man vor Handmauteilen abregnet. So, wir warten mal ab, wie dieses Jahr steht da eine Technik mit. Vielleicht bin ich eingefühlt, wenn die neue Propos kommt. Jetzt kommt noch ein halbes Jahr hin. 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 Ja, was bedeutet denn hier an den Taktstellen? Da liegt diese ... Wappenstar. Verstehe ich nicht. Ich kann mir das einfach mal sagen. Ist ja nett. Jetzt ... Die Rhein von der Mauer, der Blut. Wir haben die Züge bei Wett. Ich fahre keine Wettbewerbe, ich habe auch keine Wettbewerbe, ich habe auch keine Wettbewerbe. Ich bin hier ein bisschen hohen Fuß hier auf dem neuen DLC. Okay, dann schließen wir auch mal wieder. Und weit. Oh, ich bin hier ein bisschen kackt. Ich weiß auch, wenn man es da getranscht gibt, wenn man es in der Verfassung der Welt fliehen kann. Ich bin hier mal richtig enttäuscht gewesen. Auch jedes Event war mitgemacht. Dann gab es eben so einen Dreck da, den ich gerade fahre und wollte. Ich habe gehört, was ich denn da nicht konnte, ich bin hier gesetzt. Naja, das ist ja so schnell wie bei mir. Ja, und das ist schon mal ja. Naja. Soll ich jetzt mal, ey. Ich bin hier ein bisschen Bookshalte. In der Mitte den Aufstieg war, ich habe ein bisschen gekantt, wo ich bin. Ich bin hier noch am T-Ruchin. Ich bin hier mit dem Aufstieg. Wenn ich das jetzt auch aufgehört, was die Eiwelle. Ich bin hier ein bisschen weggegangen. Ich bin. Bis jetzt habe ich, wie bei mir noch ein bisschen weggezogen. Vielen Dank. 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 Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Bitte rechts halten. Nimm diese Ausfahrt. Okay. Am Kreisverkehr. Nimm diese Ausfahrt. Auf Wiedersehen. Ja. 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 Ah, irgendwo. Was? Neusatz nennt sich das hier. Neusatz, verstehe. Was ist das, Junge, also was? 800. 500. Wörbien, Wörbien. Dosentonfisch, wie das nicht los ist. Wie da oben Evakuation liegt. Was haben wir denn jetzt noch auf dem Mann? Geh mal erst mal. Wir fahren in die Cosimo. Die Wege landen. Ein paar gute Augen geladen, genau. Schön. So. Das war's dann erstmal. Der Kollege ist weg. Oh, Cowboy 76. Mit jedem, wie kommt der an mir bekannt vor? Ich könnte mal einen. Ich könnte mal einen. Das war schon Jahre her. Ein anderes Spiel. Der hat diesen Weg gehabt. Ja, jawohl. So. Aufgeladen haben wir. Dann werden wir abspeichern. Die Sache. Achso, die können ja mal wissen, wie es hier weg war. Fahrt vorsichtig. Das war schon. Ich glaube, es war sehr gut. Sieht ja gut aus, oder? Das ist so gut. Sieht doch gut aus, was? Wir haben noch einen Grau. Ich wollte eigentlich nur mal mit der Gaben, aber den Grau Das ging hier nicht zu machen. Leider, leider. Na gut, dann sage ich mal Dankeschön für das Interesse. Wenn ihr euch vertreten habt, habt gerne einen Daumen da. Kostet nichts. Und ja, wer noch nicht hat, bitte. Über ein Abo würde ich mich ja richtig riesig freuen, wenn ich doch dieses Jahr vielleicht noch die 100 Tolle kriegen würde. So, und somit verbleibe ich euer Hans dann. Der Dreckaufbau aus Berlin. Winke, winke bei meinen Armen natürlich. Macht's gut, Nachbarn.